Den billigsten, aber auch geilsten Tisch der Welt gemacht. Ich habe erstmal so einen 15-Euro-Kehrtisch genommen. Mein Bruder gezwungen, ihn aufzubauen. Für mich habe ich ein bisschen geholfen. Ich habe einen Manga genommen. Ich kann hier mal raten, welches Manga das ist. Erstmal alle Seiten rausgeschnitten, die ich cool fand. Alle Manga-Liebhaber, ich weiß, es tut weh. Ich habe erstmal so Kleber raufgemacht und dann alles zusammengeklebt. Dass das irgendwie zusammenpasst, aber auch cool aussieht. Hat einfach so ewig gedauert. Ich saß den ganzen Tag dran. Irgendwie hat es auch voll Spaß gemacht. Von meiner Wohnung mit meinen eigenen Sachen-Design. Deswegen fand ich das für den Anfang ganz cool. Demnächst ganz viele Sona-Projekte machen, also ihr könnt mir gerne folgen. Und hier ist das Endergebnis von dem Tisch. Ich bin so verliebt.